Hallo, Deutsch Mittelstufe 4, Lektion 75 untergeordnete Konjunktionen. Heute machen wir wieder zum Abschluss unseren kleinen Vokabeltest. Ich frage euch ab. Also, 한번 해봅시다. Nummer 1, durchführen. Was ist das denn? Ausführen, durchführen. Durch, 장기적인 이야기, 뭔 이야기. Zu행하다, 실시하다. Völlig, 100% 완전히, ganzrang 똑같아요. Nummer 3, der Aufwand. Wand. Aufwand, 노력, Arbeit oder Zeit. Das ist der Aufwand. Die Wand. Das ist dann, Aber Aufwand, Belegen. Belegen. Beweisen. Das ist dann natürlich, Belegen. Man muss immer belegen, was man sagt. Belegen. Belegen. Etwas ist belegt. Sanktetong, sato manipulsi gechi. Also, denk, denk, denk. Ist belegt. Das sagen wir so ähnlich wie, Etwas ist besetzt. Trankatsunimiro so manisunida. Also, besetzt sein und belegt sein. Sakyong chung imnida. Tongva chung demone. Bip, bip, bip. Es ist besetzt. Okay. Es ist belegt. Das wird so ist so. Das ist dann zum Beispiel, Isaraman. Er hat den, Er hat den, Schott 번째, Ersten, Platz belegt. Er hat den ersten Platz belegt. Kuh nun, 일정 desu. Aber ich belege eine Aussage, Ich belege eine Behauptung nun, 어떤 말을, 어떤 zinsur, 입증합니다. Gut abschneiden oder schlecht abschneiden 자르는 약이, 자르는 아무 상관없고, 좋은 성적을 받다, schlecht abschneiden 는 안 되는 성적, 나쁜 성적을 받다. Ich habe bei der Prüfung gut abgeschnitten. Ich habe bei der Prüfung leider schlecht abgeschnitten. Schneiden, geschnitten. Abgeschnitten. Dann, ordreherum. Pinzige Rechnung. Wenn Sie bei der Prüfung mal der Prüfung advantages zu tun, aber nicht zum Beispiel. Wie viel wie viel krank in den Erinnerungen ist das dann, auffordern. Ich verschen Sie auf bla 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 zu machen. Volkskampung, für die Geburt. Ich fordere dich auf, blablabla zu machen. Das ist dann die Phase im Nida. Köln, du kiennommun sollte, braucht man immer ein Fazit. Das Fazit. Und mu isik chok, senkak anheto, kunak araso hanunyagi, das ist immer unbewusst. Isik chok ist natürlich dann bewusst im Nida. Hanbok animion boksug, das ist dann myongsa, die Wiederholung im Nida. Das ist nunmeckbar ja hacho. TV-Programm ironia gehaltenen, dieser Film ist eine Wiederholung, i yongwa nun sero yongwa ania, myotbondo prangsong dego, onul dashi bolsu yongwa, die Wiederholung. Aber so beso, heute machen wir Wiederholung, onul boksug hamnida. Aber die Wiederholung Hanbok, wo le ironmimi jocho. Das war's wieder für heute. Ich hoffe, dass ihr alles richtig gemacht habt. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.